So meine Freunde, ein gutes neues Jahr bzw. einen guten Rutsch, ich weiß nicht wann ihr es anschaut und zwar habe ich mir gedacht, für Silvester mache ich nochmal Operation Breakout Cases auf und zwar die letzten für dieses Jahr, höhöhö und ja, ich habe elf Stück, also können wir ja direkt anfangen die ganzen Stints hier habe ich noch nicht, also lassen wir uns überraschen, ich bin mit so ziemlich allem zufrieden und wir starten gleich mal mit einer Nova Koi nicht schlecht für den Anfang, perfekt eigentlich, aber sieht Battlestead aus juckt uns nicht, wir gucken erstmal weiter wir wollen nur ein paar Stints für die Waffen, wo ich noch keine Stints dafür habe und wir kriegen eine Beast Zone jawohl, die habe ich zwar schon zum Beispiel, die habe ich nämlich mal gedroppt getrückt die sieht aber auch relativ gut aus, nicht schlecht das erste und dann was ist denn heute los, oh mein Gott, schon wieder eine Koi wieder so eine hässliche, egal nichts Blaues bis jetzt, aber Blau kommt natürlich immer jawohl eine schöne Battlestead Abyss oder? ah ne, doch nicht aber ich habe zum Beispiel noch keinen Clock oder 5-7 Skin also oh man schade nun ja auf jeden Fall danke, dass ihr mich dieses Jahr so aktiv zugeschaut habt, muss ich sagen noch weiß nicht, wenn ihr seht und nächstes Jahr 100k Abonnenten mein Ziel natürlich nicht ne ne jetzt oh mein Gott, mein Herz ist gerade stehen geblieben steckt auch noch nein komm Gabe einmal oh man ohne scheiß es wäre so geil gewesen egal, wir werden eh nichts treten reine Zeit und Geldverfindung egal ne ne jawohl die hatte ich nämlich noch nicht so, noch zwei Cases und ja ah weiß nicht was da besser ist, aber geil die sieht sogar relativ gut aus ich weiß nicht wie viel die wert ist aber gut wir hätten auch die Dessert Eagle kriegen können aber egal oh ne StatTrak lautes StatTrak und ja mit der SSG in StatT verabschiede ich mich für dieses Jahr haut da rein guten Rutsch und bis bald